Ja, es gibt natürlich Momente, wo ich mir wünschen würde, dass ich nicht so gut erreichbar bin. Ein Beispiel ist, wenn ich im Rheinland-Rum-Innen die Kombi an habe und das Handy im Hosen-Sack gelüte. Mein Name ist Stefan Ockle. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Sammerplast. Ich bin 56 und bin bald 29 Jahre in dieser Unternehmung. Ein Sammerplast ist ein Kunststoffverarbeiter, hauptsächlich in der Medizintechnik und auch im technischen Bereich. Einzigartig macht uns, dass wir flexibel sind, dass wir High-End-Produkte herstellen, hohe Sicherheit natürlich. Gerade bei Patienten braucht es Produkte, wo man sicher ist, dass sie verheben. Man kann nicht einfach wieder etwas reoperieren, nur weil das Produkt nicht gut ist. Mit unseren täglichen Anspornen ist, dass wir Kunden überraschen mit der Qualität, mit den Lieferterminen vor allem und am Schluss auch mit den Preisen, bei denen wir unsere Produkte anbieten können. Ja, am Spannendsten sind sicher Kundenkontakte. Wir haben Kunden auf der ganzen Welt, wo wir rund umdurch auch miteinander kommunizieren können.